Yo, ich bin Finnel. Wie viel Geld hast du auf deinem Konto? 700.000 Junge, was machst du beruflich? Ich dreh Pa... Yo, wie viel Geld hast du auf deinem Konto? Ich hab 150 Euro auf dem Konto. Dann kauf ich dir heute, was du willst! Echt jetzt? Für 82 Euro! Boah, ist der mega geil! Ja man, richtig cool! Lies das voraus auf dem Zettelstück. Okay. Bist du öfter hier in Memmingen? Ich komm in jede Stadt Deutschlands, also folg mir! Hier! Yo, ich glaub ich würde die AirPods hier nehmen. Dann kauf ich dir jetzt diese AirPods für 80 Euro! Sehr cool! Ist das cool für dich? Ja, mega cool, was die hier macht! Ja man! Yo, kannst du das Geld kurz auslegen? Ich würde es dir einfach draußen geben. Okay, aber ich verstehe jetzt nicht ganz, warum ich die zahlen soll und du nicht. Hey, hey!